Es wird auch bei der Europa-Hymne gestanden. Desis, siebenter Opernball. Und auch er beginnt natürlich mit der Fächer-Polonaise. Und hier schreiten sie herunter, die 160 Paare, die 320 Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller dieses Balles. Felix Kammerer, der Sohn von Angelika Kirschlager und Hans-Peter Kammerer. Tanzt mit die Tünde Ziesel. Hier sind die Eltern. Ziesel heißt sie. Ziesel, Entschuldigung. Sie sind jetzt schon so gerührt. Felix Kammerer, 17 Jahre alt. Schauspieler möchte er werden. Und das wird er dann sicherlich auch. Seine Partnerin, du hast erwähnt, Dietlinde Ziesel, 16 Jahre alt. Studierende der Ballettakademie. Die hat heute ein großes Vorbild, nämlich ihre große Schwester. Priska Ziesel. Das ist Valerie Breitenfeld. Eines der zauberhaften Gesichter dieses Opernballs. Und ihre Mama mit dem kleinen Fotoapparat. Silvia Papas ist mit mir in die Klasse gegangen. Und das ist ihre schöne Tochter Valérie. Mit Vincent Teichgräber, dem Architektensohn, zieht sie ein. Das ist Emily Lerchbaumer, die Nichte von Hans-Peter Haselsteiner. Schauen wir mal in die Loge. Das ist Uli Haselsteiner, die Schwester der Mutter von Emily Lerchbaumer. Der ganze Familienclan war da zu sehen. Das ist Alexander Pröll. Mit Veronika Pilus zieht er ein, der Sohn des ehemaligen Vizekanzlers. Da freut sich der Papa. Josef Pröll strahlt über das ganze Gesicht. Wolfgang Hisun, der Siemens-Chef. 40 Bewerbungen aus Russland hat es heuer gegeben. Es sind überhaupt ein Drittel der Paare heuer aus dem Ausland. 160 Paare, ebenso viele Feuerlöscher sind im Haus heute aufgestellt. Ich erwähne es nur. Lieben, weil... Jetzt muss ich mich natürlich gleich korrigieren. Es sind nicht nur Nelken im Haus unterwegs. Wir haben schon einen ersten Blick getan auf die Feilchensträuße. Kim Kanashian hält das alles fest. Und schon wieder Lugner telefoniert alles durch. Dwingt telefoniert Lugner. Hat er eine Freude am Opernball? Links die Mama schaut schon jünger aus als ihre Tochter. Wunder der Medizin. Kris Jenner. Die Feilchen habe ich erwähnt. Eine vielleicht unbewusste Hommage an die letzte Opernpremiere hier in der Staatsoper. Adriana Le Couvreur, wo die Heldin an einem vergifteten Feilchensträuß am Schluss ihr Leben lässt. Ja, aber das sind die ganz ungefährlichen Feilchensträuße. Und von dem... Naja, jetzt blicken wir natürlich auf unsere Diademe. Stephen Webster, Fly by Night. Er arbeitet auch gerne mit Gothic- und Punk-Elementen. Stephen aber nicht wirklich. Nein, vor allem er hat sich nicht durchgesetzt, dass die Debutantinnen schwarze Kleider tragen. Hier sind sie, die von Swarovski wieder einmal ausgestatteten Diademe. Und da sehen wir, es sind heuer besonders viele Paare. Die Leute erleben gar nichts mehr, weil Oli ist nur mehr... Oliver Pocher ist hier im Hintergrund zu sehen. Ein Überraschungsgast, von dem wir eigentlich nichts gewusst haben. Jetzt ist er da. Man muss sich beim Opernball auch überraschen lassen. Es bleibt so viel gleich. Also, ein paar Überraschungen gibt es auch noch. Vorigen Jahren haben wir an dieser Stelle gesagt, es gilt die Rettungsgasse. Das muss man eigentlich nicht wiederholen. Strahlende Paare. Die haben nach diesem Einzug, haben sie ja das, was man Stehzeit nennt. Sie müssen über eine halbe Stunde fröhlich und freundlich dastehen. Lächeln, auch nicht ganz leicht in dieser Aufregung und in dieser ziemlichen Temperatur. Maximilian Fasselabend. Er tanzt mit Elisabeth Frech. Im Moment steht er hinter ihr, aber er wird tanzen. Und hier die stolzen Eltern. Ex-Verteidigungsminister Werner Fasselabend. Die Martina sagt, schaut's meinen Buben an. Ich glaube, das ist Philipp Slapar daneben, weil du den Verteidigungsminister erwähnt hast. Philipp Slapar war Zivildiener des Jahres 2013. Das haben wir nie geschafft. Die haben auch nie den Mr. Austria geschafft. Beziehungsweise den Titel schon lange zurückgelegt. Und der wird heute auch noch ins Bild kommen. Unsere Kameras sind an der Arbeit. Und gleich auch Barbara Westermeyer, die Tanzlehrerin, freut sich schon auf den Moment, wo sie die Damen und Herren vollzählig besammelt hat. Das ist die Lichte von Harald Serrafil. Ja, Verena Riccadonna heißt sie. Harald ist zufrieden. Glücklichen Blick hinunter, Stefan Rosowiczki. Der schaut in die Kamera, er ist ein Regisseur. Ena Kadic. Miss Österreich. Und hinter ihr, die ist ja so süß, die kleine Mahbubamuhamedjeva haben wir da gesehen. Wie heißt sie? Mahbubamuhamedjeva. Ich das hoffentlich richtig tatschikisch ausspreche. Das ist Elisabeth Svabek. Sie glättet jetzt mit ihrer Kollegin Barbara Westermeyer das Spalier. Dann sieht dieser schlanken jungen Frau nicht an, dass sie Mutter eines, ich glaube, das ist der Vater eines achtmonatigen Knaben, Leonhard Svabek Junior. Jetzt stehen sie alle. Sie bekommen schon für den Einzug einen großen Applaus.